...des Melk-Fan-Hard-Giess. Der Bausbiet der Basinikars-Bau. Besonders hervorzunehmen, sind der Ursprung der Einsatz von Blattbeut und die Verziehung der Decke mit Fresten. Nach Inschrift im Nürnberg der Basinika soll der Bau der Einwohnern der Fremden der Fremde ist, wird mit 37 Jahren in die verheerenden Region neuen Mut schenken. Es dürfen auch eben informatorische Absichten im Kernland des katholischen Hauses Habsburg angenommen werden. Dafür spricht besonders die Lage von meiner Taferl bei 2G sichtbaren Manifestationen katholischen Tausens auf dem damaligen Hauptverkehrsweg der Kilmer. Das elektronischste mechanische Krippel hat seit der Erbau unseren Standort nicht mehr verlassen. 2005 wurde die Krippe nach dem Arbeitsschirm von Rudolf Brandner unterrestauriert und seit hier auf dem Weg.